Tanzerbot, mal gucken was da so steht. Schauen wir mal ganz normal, meine Freunde, was mein NetWolf angeblich ist. Leute, das ist nicht ansatzweise der Realität entsprechend, das ist das Zehnfache natürlich. Geil, Alter! Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich hab absolut keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, hierüber jetzt ein Video zu machen. Weiß es tatsächlich wirklich nicht. Ich habe irgendwie mit irgendwem mal darüber gesprochen und wollte mir das jetzt einfach mal ganz kurz mit euch gemeinsam anschauen, weil es da scheinbar ein paar Ungereimtheiten gibt bei der ganzen Definition von NetWolf, dem eigentlichen Vermögen und generell der Vorstellung, wie viel Geld wir YouTuber eigentlich so haben. Ganz kurze Erklärung, NetWolf, zu deutsch das Reinvermögen, meine Freunde, ist das Sachvermögen, sprich meine Immobilien, meine Autos, meine Goldbestände und mein Netto-Geldwertvermögen, also das Geld, weil ich auch ein Konto habe. Da sind keine Forderungen drin, beispielsweise wenn ich jetzt irgendwie ein riesiges Placement mit Nike mache und Nike würde mir noch eine Million Schulden, ich habe das Geld aber nicht bekommen, dann rechne ich da das nicht mit rein. Generell ist es super, super schwierig, da eigentlich vernünftige Infos so zu finden, gerade im Bereich des Internets werden da immer unglaublich seltsame Zahlen in den Raum geworfen und ich dachte, ich reagiere jetzt einfach mit euch zusammen darauf und wir schauen uns einfach mal ganz kurz an, wie reich diese YouTuber wirklich alle sind. Ich kann euch nur eins sagen, ein Großteil der Zahlen, den wir da sehen, der stimmt wahrscheinlich nicht und ich weiß auch gar nicht genau, wie reich diese Leute überhaupt sind, aber ich finde es trotzdem interessant, da mal hinter zu schauen. Let's go! Fangen wir direkt an, meine Freunde, mit dem guten Simon Unge. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht und wir geben direkt mal Unge NetWolf ein, wie gesagt, das englische Wort und wir sehen hier, meine Freunde, Simon Unges NetWolf beläuft sich momentan zwischen 100.000 und einer Million US-Dollar. Salary ist noch pending, das heißt, man weiß noch nicht genau, was der junge Mann im Jahr macht. Ich würde einfach mal sagen, da ist auf jeden Fall diese Ziffer eher nah dran als diese Ziffer hier, weil wenn Simon Unge bei dem Steuersatz nur 100.000 US-Dollar hat, dann hat er echt was falsch gemacht und falsch investiert. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall eigentlich zusammen, gerade was die Grundstücke und so weiter angeht. Simon Unge, ich würde fast schon sagen, mit einer der best situiertesten männlichen YouTuber, den es hier auf diesem Planeten gibt, zumindest aus Deutschland, also Planet Deutschland, verdient hat er das an der Stelle natürlich trotzdem nicht. Machen wir direkt weiter mit Jodie Kalussi, meine Freunde, und gucken mal ganz kurz, was die Dame an NetWolf so mit sich bringt. Bin ich auch mal gespannt, was da so hinter steht. Gerade bei Männern wird tatsächlich der Besuchbegriff NetWolf sehr viel öfters gegoogelt als bei Frauen. Ich weiß nicht genau, warum. Jodie Kalussis NetWolf ist momentan 46.000 US-Dollar im Februar 2020. Das bezieht sich aber jetzt hier tatsächlich nur auf YouTube-Einnahmen. Ich glaube, da ist deutlich mehr drin. Oh, guck mal hier, der Winzer in Jodie Kalussi Gaming, sehr schön. Heute hat Jodie angeblich tatsächlich bereits schon, was ist das hier für eine nervige, kann die vielleicht einfach da? Ich würde gerne einfach diese, warum ist die Werbung genau an der Zahl, die ich sehen möchte? Heute hat Jodie schon 46 Dollar verdient und gestern 69 Dollar und die letzten sieben Tage 0 Dollar. Ja, das macht irgendwie wenig Sinn. Ihr seht es, meine Freunde, diese Zahlen sind kompletter Schwachsinn und eigentlich kann man sich da überhaupt nicht drauf zusammenreimen, weil das sind irgendwelche Zahlen, die irgendein Algorithmus irgendwie irgendwie zusammenklatscht. Und da ist sehr viel mehr dabei, als tatsächlich nur die YouTube-Einnahmen. Es kommen ja auch nochmal Steuern runter und sowas. Und ich glaube nicht, dass irgendein Algorithmus überhaupt beurteilen kann, was da tatsächlich wirklich alles so hinter steckt. Schauen wir mal ganz kurz, wie es bei Montana88 aussieht. Acker MontanaBlack. Wir stehen hier im Jahr 2019 zwischen einer Million und fünf Millionen, approximately. Das heißt, wir haben wieder eine große Schätzung mit vier Millionen Differenz dazwischen. Das Vermögenswochenmagazin, das Vermögenmagazin, sagt hier 64.000 Euro mit YouTube alleine. Ich glaube, das kommt sogar ganz gut hin. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich will jetzt hier auch gar nicht irgendwie großartig abfallen oder sowas. Wir leben in dieser ekligen, wertebasierten Gesellschaft. Und ich finde es einfach mal interessant, was hier so geschrieben wird. Hier steht natürlich, dass er diesen wunderschönen Maserati hat. Und dann hat er hier noch einen Sportwagen mit 90.000 Euro angezahlt. Lamborghini Huracan Performante. Und dann hat er auch Immobilien und eine steile Karriere hingelegt. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns da genau im mittleren Bereich wägen. Ob das jetzt tatsächlich stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Monte, ich würde dich nur an der Stelle nochmal daran erinnern. Zahl deine Steuern, weil du wohnst nicht auf Madeira. Schauen wir mal ganz kurz, wie es bei Kelly Mrs. Vlog im NetWolf aussieht, meine Freunde. Wir wollen ja hier immer Frauen und Männer miteinander. Wir wollen natürlich hier beides drin haben. Und Kelly Mrs. Vlog hat momentan laut statsmash.com einer kompletten Müllseite 235.000 US an der NetWolf. Wo ich ehrlich sagen würde, das ist deutlich mehr. Wahrscheinlich sogar schon mit das Vierfache oder mindestens das Dreifache. Weil Kelly doch eine relativ smarte Frau ist, eine relativ smarte Person, die glaube ich ganz gut investiert hat. Gucken wir mal ganz, wo das Paluten steht, meine Freunde. Da bin ich mal gespannt. Paluten NetWolf. Direkt die zweite Anfrage hier an der Stelle. Bin ich mal gespannt, was da steht. Palutens Income laut youtubers.me ist 60.000 US-Dollar, 200.000 in den letzten Tagen. Und das Income von Paluten liegt zwischen 1.000.000 und 6.000.000. Also das kann ich jetzt hier gar nicht genau sehen. Ich bin nur auf die gleiche Seite wie da eben auf statsmash, dieser Müllseite, rumsurfen. Da steht dann immer ein kumulierter Wert. Und Paluten hat einen NetWolf von 6.000.000 US-Dollar. Ja, gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall unseren neuen Spitzenreiter gefunden. Ob das jetzt an der Stelle stimmt, möchte ich einfach mal bezweifeln. Falls doch, Patrick, melde dich doch gerne mal. Da ist, glaube ich, noch mal Zeit, dass wir beide noch mal einen Kaffee trinken gehen. Also, wenn du, hey, wenn du noch mal Zeit hast, Patrick, du hast wirklich so viel Geld, melde dich. Ansonsten bleibt mir bitte gestohlen. Dankeschön. Machen wir weiter, meine Freunde, mit Felix von der Laden. Wie ist bei ihm aussieht, der NetWolf? Felix hat ja seine Marke Spielkind mittlerweile. Und das Vermögen von YouTuber Felix von der Laden 2020 betrifft laut Vermögen, Magaci, meine Freunde. 20.000 Euro YouTube verdienst allein in einem Monat. Wie viel verdient Dena? Ja, hier war Stefan Raab. Die Erfolge von Dena, ja gut. Die sind in der Hand abzuzählen. Bestimmt nicht, Dena ist deutlich erfolgreicher als ich. Und das geschätzte Einkommen von Dena liegt in einem Jahr bei 250.000. Und das geschätzte Vermögen bei 0,8 bis 1 Mio. Ich glaube, das ist deutlich mehr. Wie viel verdienst du pro Monat, meine Freunde? Angenommen, ich verdiene das 15.000 Euro, das verdient Dena in 14. Was ist das hier für ein dreckiger Scheißrechner, Alter? Das zeigt einem ja nur selber, wie wenig Geld man... Warum macht man sowas, Alter? Was hat man davon, ganz ehrlich? Gut, Dena auf jeden Fall nicht so gut situiert wie Paluten, der Mann hier mit 6 Mio. Aber ich bin mir sicher, da sind noch ein paar dabei, die deutlich mehr Geld haben. Schauen wir mal, meine Freunde, den NetWolf von Tanzerbot. Mal gucken, was da so steht. Wir gehen wieder auf diese seltsame Seite, die irgendwas ausrechnet und Tanzerbot hat. Scheinbar 5.000 bis 600.000 US-Dollar Einkommen im Jahr. Zwischen 100.000 und 600.000 knapp. Nicht schlecht, der Boy, auf jeden Fall. Schauen wir nochmal ganz kurz, wie ihr bei der absoluten Lieblingsseite seid. Und vorbei, Tanzerbot, Alter. 739.000 US-Dollar. Damn, Bro, bei dir läuft's, Alter. Also klar, diese Zahlen sind nicht mal ansatzweise nah an der Realität dran, sondern nur irgendwelche groben Schätzungen, die sich irgendwo hergezogen werden. Aber das ist kein Problem, Tanzi. Also ich meine, wenn es so ist, ich gönne es dir. Gerade weil du auf Madeira bist. Und ich hoffe auch, dass du länger als drei Monate da bist, damit du nämlich die Steuervorteile mitnimmst. Grüße gehen heraus an der Stelle. JP Performance, NetWolf. Da haben wir es doch, meine Freunde. Direkt die zweite Frage. Jean-Pierre Kramer. Also alle, die richtig erfolgreich sind, werden scheinbar vom Vermögenmagazin hier aufgegriffen. 60.000 Euro US-Dollar Einnahmen. Okay, 5,5 Millionen Euro. Das kann ich mir bei Jean-Pierre Kramer, dass er sich mit seinen Firmenanteilen ganz gut vorstellen. Da er die Firma, glaube ich, zu x Prozent selber hält. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich weiß nicht, ob es 100 Prozent seine Firma ist oder ob da noch wer anders drin ist. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren. Wobei, es juckt mich überhaupt nicht, wem diese Firma gehört. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eine relativ realistische Einschätzung ist. JP Kramer auf jeden Fall. Einer der hellsten Business-Männer hier im Game auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall was drauf und macht sich da wirklich weitreichende Gedanken über seinen YouTube-Kanal hinaus. Das machen die wenigsten von uns. Leute, ihr müsst irgendwann auch noch von was anderen leben. Kann ich nur an der Stelle mal weitersagen. So, Jan Meier. Gucken wir mal, was der Boy für ein Networth hat, meine Freunde. Bin ich auch mal gespannt. Jan Meier, mein Stiefbruder quasi an der Stelle. Größe wissen wir alles nicht. Ist auch alles nicht so interessant. Dress Size wissen wir natürlich auch nicht. Die Familie ist auch nicht bekannt. Aber hier steht auf jeden Fall 1 Million bis 5 Millionen US-Dollar. Unsere Salary in 2020 ist noch under review. Ja, gut, wir haben also Anfang. Also, wir haben Ende Februar den Jahreslohn von 2020 jetzt zu setzen. Das ist nicht wirklich. So, wir haben auf jeden Fall zu Jan Meier. Okay, nice, nice, nice. Bis jetzt hat mich wirklich nur ein paar Looten überrascht mit seinen 6 Millionen. Bin ich mal gespannt. Katja Kraterwitsch, Networth, meine Freunde. Wie gesagt, diese Zahlen hier, die hier irgendwie im Raum liegen, die sind nicht mal ansatzweise an der Realität dran. Also, vielleicht ein Stück weit, aber nicht wirklich. Sie macht 10.000 Euro im Monat. In den letzten 90 Tagen hat sie 700 Dollar verdient. Da stimmt irgendwas auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch gerade, der Vorschuss ist nicht verkehrt gewesen vom Label. 1,5 Millionen bei Katja Krasewitsch. Hier, nice auf jeden Fall. Ihr seht, meine Freunde. Uns YouTube anscheinend ist dann doch deutlich besser zu gehen, als wir immer sagen, ne. Papa Platte, Networth, der Bitcoin-Multimilliardär, meine Freunde. 2020, schauen wir mal ganz was, wie der Bo. Oh, okay, hier 400.000 US-Dollar. Not bad, not bad, bro. Nicht verkehrt. Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich auch wirklich der Wahrheit ist. Sprich, Papa Platte, wir werden gleich nochmal drüber reden. Falls ja, wird es wieder Zeit, die Hälfte der irgendwelche Coins zu investieren. Super riskant und sollte man nicht machen. Gucken wir mal ganz kurz, wie es bei Dagi Bee aussieht, meine Freunde. Bin ich auch mal gespannt, weil Dagi Bee ja natürlich auch eine Businessfrau ist, durch und durch. Und ich muss hier nur N eingeben, da kommt schon direkt Networth. 0,8 Millionen, laut Idol-Wiki, meine Freunde. Kommen wir mal bei Statsmash, meine Freunde. Okay, 300.000 US-Dollar, also ihr seht, irgendwo stimmt da was nicht ganz. Dass Dagi Bee angeblich nur 300.000 US-Dollar Networth hat, mit einer eigenen Modelinie, mit einer eigenen Marke, mit einer Menge, Menge Pop-Up-Stores und einer riesigen Kooperation mit verschiedensten Make-Up-Labeln. Und dann nur 300.000 hat Tanzverbote, im Gegensatz, der nicht so viele Kooperationen hat und sehr wenig Videos hochlädt. 700.000, also ihr seht schon, das ist nicht ansatzweise eine Realität dran und nicht irgendwo großartig nachvollziehbar. Ja, 2,2 Millionen Income im Jahr, das kann ich mir ganz vorschreiben. Dagi, das gönnen wir dir auch alle. Schauen wir mal, wie es bei Bibis Beauty Palace aussieht. Dieses Video hat überhaupt gar keinen Wert, meine Freunde. Also dieses Video hat genauso wenig Wert, wie diese Ansagen von Networth hier. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache. Ich dachte mir einfach, da kann ich nochmal 500 Euro mit abkassieren. Bibis Beauty Palace Networth. Das Schmash sagt 2,7 Millionen Networth. Und wenn ich ehrlich bin, meine Freunde, eingeschätzt würde ich sagen, da kann man nochmal gut eine Mio bis vielleicht anderthalb draufpacken. Also das ist auch gerade dank Belou und der ganzen riesigen Maschinerie, die da hinten dran hängt an Produkten, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich, meine Freunde. Letzten Monat 32.000 US-Dollar, ja, nicht schlecht. Also ich würde fast schon sagen, der Wert stimmt nicht ganz. Mrs. Bella, meine Freunde, 124.000 Euro, das wird auch nicht stimmen, meine Freunde, weil Mrs. Bella eine riesige Kooperation mit ganz, ganz vielen anderen hat. Und ich glaube, das hier ist, wie gesagt, nur ein German-YouTube-Channel, der irgendwie dann irgendwie aus den Videoeinnahmen irgendwas zusammenrechnet. Das stimmt aber nicht. Also ich glaube, allein die Kooperationen, die Mrs. Bella diesen Monat eingefahren hat, sind vielleicht doppelt so hoch, wie die Zahl, die Jahren gezeigt worden ist. Gucken wir mal ganz noch, meine Freunde, wie viel Networth Gronkhs du hast. Das interessiert mich jetzt mal wirklich. Das wird sicherlich eine Zahl sein, die 100.000-prozentig der Wahrheit entspricht. Vermögensmagazin schreibt hier über Gronkh folgendes. Gronkh hat 2 Millionen Euro geschätztes Einkommen. In 2020 wird es also schon 700.000 Euro gemacht in 2020. Mann, oh Mann, und das nicht nur in drei Monaten. Das ist wirklich nicht verkehrt. 40.000 Euro im Monat, da fragt man sich ganz kurz, wie kommt das hier zusammen, aber das wird schon irgendwie passen. Nicht schlecht. 2 Millionen Euro angeblich hier bei Gronkh, wo ich auch wieder sagen muss, ist es eine komplett erlogene, eine stungene Zahl. Ist es nämlich 2,4 Millionen. Ihr wisst, meine Freunde, Statsmash, die wissen Bescheid. Julian Bam Networth, meine Freunde. Gucken wir da mal ganz kurz Julian Bam. Da bin ich mal gespannt, was da steht. Julian Bam hat eine Networth von 5,1 Millionen Euro. Geld geil. Okay, ja, okay. Hier steht 1,25 Millionen Euro scheint eine Zahl zu sein, die jetzt hier öfters fällt. Ju, vielleicht gehen wir nochmal das öfteren was essen, Alter, wenn du Bock hast. Also ich meine, wenn du willst, da können wir dann gerne nochmal irgendwie zusammen, wenn du, also Ju, wenn du willst, also einfach mal treffen oder warum eigentlich nicht. So viel dazu, Julian Bam. Wie gesagt, ich kann diese Zahlen nicht ansatzweise bewerten. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie entweder deutlich drüber oder deutlich drunter liegen oder so um den, um die Zahl so ein bisschen drumherum schwirren. Es ist halt schwierig von außen zu bewerten. Ich meine, man weiß ja gar nicht, was diese Leute alles noch machen und man weiß ja gar nicht, wo die Leute noch irgendwo involviert sind, bla 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 bla. Shirin David, meine Freunde, Shirin David, der Networth, beträgt momentan laut Google und laut Statsmash ganze 603.000 US-Dollar. Ich glaube, das ist auch deutlich mehr allein, weil ihr Album, glaube ich, ganz gut gelaufen ist und da auch ein großer Label-Vorschuss dabei gewesen ist. Nicht schlecht. Dann schauen wir mal ganz normal, meine Freunde, was mein Networth angeblich ist. Revinza Networth. Ich habe angeblich ein Networth von 2,8 Millionen Dollar. Alter, geil! Genau, da wüsst ihr aber gerne, wo das Geld dann ist an der Stelle. Vielleicht muss ich dann mit meinem Steuerberater nochmal drüber reden. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass diese Zahl hier nicht mal, also das, es wäre wirklich, na, es wäre wirklich cool, es wäre wirklich cool, wenn es so wäre. Das ist nicht ansatzweise, ich habe auch gestern keine 1.000 Euro verdient und heute schon 700 Euro. Also ich weiß, ich kann, Leute, das ist nicht ansatzweise der Realität entsprechen. Das ist das Zehnfache natürlich. Schauen wir mal ganz aus, wie es bei WIFE halt eh aussieht, wobei interessiert uns das überhaupt. Ich würde sagen, meine Freunde, wir beenden das Video mit einem freundlichen, was sollte das überhaupt hier und wieso habe ich dieses Video gemacht? Ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe. Ich dachte mir, einfach den Upload nehme ich mir an der Stelle mal mit. Und Grüße geht raus an alle Wirtschaftsexperten, die mich jetzt in den Kommentaren zerreißen werden, weil ich hier nur Bullshit getalkt habe. Ich glaube, meine drei Jahre BWL-Leistungskurse reichen hier einfach nicht aus. Ich kann auf jeden Fall sagen, lasst euch nicht zu sehr von irgendwelchen Top 10, so reich sind diese YouTuber wirklich Videos und irgendwelchen seltsamen Zahlen, die ihr im Internet lest, leiten. Wenn euch derjenige das nicht selber, hundertprozentig seiner Überzeugung nach sagt, was er hat, dann wird das meistens nicht der Realität entsprechen. An der Stelle, wie sagte mein Opa damals, über Geld spricht man nicht und jetzt haltet alle die Fresse. Ich bin an der Stelle raus, macht gut. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.